Da ist er! Da ist er! Nein, das ist Tobi, das ist Tobi. Ne, hä, Tobi steht hier! Hä? Wer ist das, ist das, Nick? Nick hat sich doch safe genickt. Ach, Nick, komm, Alter, ist das dein Ernst? Oh, er hat noch verschrieben. Hey, wieso steht er richtig, Trises Frau? Nein, eben hieß er noch Freundin, er hat noch verschrieben. Hat niemand gesehen, hat niemand gesehen. Haben wir nicht auf Aufnahme? Frank Rosin ist zu weg! Olfa? Was zum... Olaf. Rainer Kallmund! Stitze, 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 stitze. Ich bin Donald Trump. 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 Da bin ich, warte, da bin ich, äh, da bin ich Donald Trampete. Logisches, äh, heyho! Hi, herzlich willkommen zu einer Premiere, einer Weltpremiere, denn wir zocken heute Bad Wars. Ich weiß, klingt jetzt Mainstream, aber wir zocken es auf Hypixel. Pixel. Das ist jetzt schon einige Zeit raus und heute werden wir uns die Zeit nehmen und einfach mal auf Hypixel-Bettwurst decken, wie das Ganze hier so ist. Es ist wirklich blind meine erste Runde. Habt ihr schon mal eine Runde gezockt? Guck mal, ich finde es sogar super cool, dass du über dem Bett Leute, jetzt ist es weg. Ne, da steht Defend your bed. Gab es Hypixel nicht auch mal auf Deutsch irgendwie? Konnte man das nicht umstellen? Kein Blasen. Langu Arge? Ging das nicht? Genau. Langu Arge German. Ach, das Spiel ist noch nicht auf der unterstützten Liste dafür. Super cool, danke. Schließt ihr uns so aus? Ist Deutschland so schlimm? Okay, gut. Äh, was kann ich mir denn jetzt von dem Gold kaufen? Itemshop? Äh, kann ich mir auch Rüstung kaufen? Ja, hier, Amor. Nein, Rüstung hast du schon an normalerweise. Ach so, lol. Naja, aber wir haben unser Bett noch nicht eingebaut. Ich baue jetzt mal unser Bett ein. Das funktioniert. Gibt es auch irgendwelche Special-Sachen? Ich meine, Utility, was gibt es denn da schönes? Golden Apple, Eisfisch? Eisfisch? Fireball, TNT, Water Bucket, Ender Pearl, TNT, Fireball. Iron Golem? Ich brauche noch zwei Stacks, da kann ich den Eisen-Golem holen, Alter. Über drei Mal. Hä, lol, Alter. Komm, 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 komm. Okay, wir sparen jetzt. Oder warte, wollen wir erstmal unser Bett einbauen? Das wäre doch viel klüger, oder? Als wenn wir jetzt erstmal einen Eisengolem holen. Warte mal, wer baut das Bett ein? Ja, das ist das Coole, Alter. Da kannst du halt die ganze Zeit nicken, das ist voll lustig. Wir brauchen mehr Eisen. Eisen! Oh! Ja, aber nur mit mehr Eisen können wir uns halt jetzt einen Eisengolem holen, deswegen. Ich will aber einen Eisengolem. Du kannst auch nicht in den Kopf, was du willst. Ja, was kann man denn hier? Heelpool? Miner? Das ist ja mal mega cool, das ist viel geiler als auf Gomme. Also, es gibt viel mehr Sachen, das finde ich mega geil. Vor allem auch der Hinweis, dass man das Bett beschützen soll. Wie viel brauche ich denn? Warte, ich gucke mal kurz rein. Ich brauche 150. Also, ich brauche nur noch ein kleines bisschen. Dann hole ich uns erstmal direkt einen Eisengolem. Äh, hast du... Kannst du mir... Eisenkehle? Ach, das ist ja falsche, Leute. Oh, sorry, Tobi. Sorry, da habe ich nicht ordentlich... Belästigst du gerade meinen Mann? Nee. Belästigst du gerade meine Frau? Nein, ich habe genug Eisen, um gleich einen Golem zu holen. Alter, ich habe immer noch nicht genug. Ich brauche mehr Eisen. Hey, 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 ich bin die goldene Trompete. Ich bin ein King dieser Stadt. Ich kann ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich hoffe, ich habe ihn. Soll ich ihn spawnen, soll ich ihn spawnen? Ja. Drei, zwei, eins. Boom. Nein, nicht runterschubsen. Hör auf. Hör auf. Michelle. Wagest du dir, den runterzuschubsen, Alter? Dann eskaliert die Situation quickly. Das kann ich dir versprechen. So, wir haben jetzt mal ein bisschen Wolle gegönnt. Ich gehe jetzt auch mal mit so ein bisschen Action. Gibt es hier auch andere Ressourcen? Oder ist, äh, wie heißt das? Gold und Silber das Einzige, was wir in der Runde haben? Guck mal, da spawnen Emeralds. Wofür braucht man die? Kein Plan von dem Spielmodus, echt. Stopp. Oh, Alter. Ich wollte fast sagen, ich hätte jetzt fast Michelle gelobt, aber es war Nick, Alter. Holy shit. Das Problem ist, oder das Gute ist, ich glaube, die sind auf dem Server noch gar nicht Tryhards gewöhnt. Kann man das so sagen? Die gibt es hier gar nicht. Hier gibt es keine Tryharde. Das hat er abgebaut. Oh mein Gott, als ob du jetzt gerade das Bett abgebaut hast. Ja, komm, komm. Jawohl. Achtung, hier ist er mir. Oh mein Gott. Ah, die haben so Spitzhacken. Oh. Ja, ich hab den einen, aber ich bin fast da und nicht. Ich hab den anderen. Oh, nice. Kann man sich irgendwie heilen? Was gibt's denn hier? Healpool? Okay, das heißt, man kann seine eigene Insel aufrüsten? Oder wie muss ich das verstehen? Ja, aber warte mal, hier, guck mal hier vorne, wenn ich da jetzt reingehe, ich kann mir das mal kurz aufrufen. Da sagt er mir... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sind nicht da, ich bin nicht... Nein. Nein. Ah, Mist. Michelle, danke, dass du ihn jetzt doch noch getönet hast. Was würden wir nur ohne dich tun? Und dein Olaf hat gar nichts gemacht. Was? Ist so. Der hat gar nichts gemacht. Ey, ist das dein Ernst? Ich hab jetzt 150 Eisen für diesen Eisengolem ausgegeben. Und du willst mir jetzt erzählen, dass er nichts... Dass er überhaupt nichts gemacht hat? Das Einzige, was noch da steht, ist Defend Your Bed. Ach, das steht immer noch da. Nee, da steht ja, Your Bed was destroyed. Olaf, was soll das? Mensch. Nein, lass ihn, der ist ja trotzdem noch... Olaf, ich hol jetzt mal diesen Beacon da, was das ist. Warte, zack. Okay, was macht der jetzt? Jetzt haben wir alle Regenerationen. Ist der Beacon jetzt hier aufgerüstet? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Weil wir kriegen jetzt Regenerationen hier. Habt ihr auch Regenerationen? Ja. Nö, eigentlich nicht. Guck mal in dein Inventar. Hast du keine Regeneration, Tobi? Jetzt ist sie vorbei. Nee, doch. Ach, die lädt immer wieder nach. Die geht immer wieder da. Das heißt, wir haben so... Cool, wir haben ein Base-Upgrade. Aber keine Base mehr. Nice. Also, ich bau jetzt einfach mal zu. Und wenn sie dann aufbauen, dass sie meinen, wir hätten noch ein Bett, dann... Tobi, es gibt rechts eine Anzeige, wo steht, dass wir kein Bett mehr haben. Ja, aber jetzt müssen wir mal ein bisschen hier auf die Kacke hauen. Okay, was kann man sich denn an coolen Items holen? Armor. Ich hol mir mal permanente Eisenrüstung. Cool, danke, dass du mir den Fireball ge... Wow! Kommt, du... Alter! Ja? Michelle hat mir ein Fireball gegeben. Wo kann man das kaufen? Oh mein Gott, safe habe ich jetzt erstmal zwei Feuerbälle, Alter. Yes, Alter, jetzt geht's ab. Boom, Junge! Bam! Boom! Alter, ich liebe das Bett, was hier ist viel geiler, Alter. Leute, wo seid ihr? Ich bin gerade hier am Kampf gegen so einen Roten. Ja, ich bin behind you. I come to you. Bam! Ich habe ihn. Okay, das Respawn in 40 Sekunden Emirates. Okay, ich habe zwei Emirates. Wofür kann man die nochmal benutzen? Wow, Michelle, erstmal richtig schön maulen. Meinst du, gelb die mit dieser riesigen Festung? Ja, okay, lass doch Elf angreifen. Oh! Ich sterb, ich sterb! Oh! Yeah! Gelb eliminated. Oh, wir sind so Killer! Boom, Digga! Bam! Wow, yeah! Zack, zack, zack! Lass ihn renn, lass ihn renn. Ich laufe zur roten Base. Ich laufe zur roten Base. Okay, komm mit. Wer kam auf die Idee, komm, wir bauen Wolle ins Spiel ein, was man mit einer Spitzhacke langsamer abbaut? Oh, oh, oh! Wow! Oh! Die machen ja gar nicht so viel Depp! Oh! Boom! Oh, ich habe eins! Also, wir haben noch TNT, was kann das TNT? Ich glaube, ich werde es gleich herausfinden. Also, hey! Die können wahrscheinlich noch gar kein Fast-Bitchen, oder? Das ist die Depp! Was? Oh Gott, Michelle! Ja, das will ich was! Bau einfach! Nein, ich bin ein! Michelle, schnell rein! Bau nicht ein! Ja, ich hab dich eingefaut! Ich bin draußen! Michelle! Ja! Ey, lass save noch eine Runde spielen, das hat mega Bock gemacht, Alter! Okay, lass mal gucken, dass wir so ein bisschen diese Base-Upgrades sammeln. Die sind richtig fresh, also, dass wir so... Ich habe irgendwie auch gesehen, dass es irgendwie so einen Iron-Forge gibt. Müssen wir gleich mal gucken. Warte, hier. Team-Upgrades. Jetzt da, Iron-Forge. Increases Spawn-Rate of Iron and Gold by 50%. Wir können uns für alle Scharfen des Swords holen. Wenn wir zusammenlegen und acht Diamanten holen, können wir für alle zusammen Diamantschwerter mit Schärfe holen. Das ist ja mega cool, so spielt man nicht mehr so egoistisch. Aber wo kriegen wir die Diamanten? Vorhin waren das auf so Seid-Inseln. Ja, die sind auch mal auf Seid-Inseln. Lass mal probieren, einen Haufen Team-Upgrades zu sammeln. Ich habe drei Dias. Soll ich davon irgendein Upgrade oder so holen? Kann man davon schon irgendwas holen? Ah, das hattest du, Tobi. Der nächste Gegner, der deine Base betritt, wird Blindness für fünf Sekunden erhalten. Ich könnte diesen Heal-Pool schon mal holen. Dann hätten wir durchgehend in unserer Basis Heilung. Soll ich das machen? Yo, gekauft. Ja, wir können uns ja sogar noch das Upgrade holen, damit wir noch mehr Gold spawnen. Echt jetzt? Ja, ja, steht doch da. Das ist um 50 Prozent, wenn ich mich jetzt verlesen habe. Drüben bei Team-Updates kannst du das holen. Du brauchst auch vier Diamanten. Vier brauchst du dafür? Mhm, vier. Ich habe jetzt schon wieder drei. Ich brauche, wir sollten uns mal zur anderen Diamantquelle bauen, wenn wir schon mal dabei sind. So, das mache ich. Okay, mach das. Ja, oder? Lohnt sich doch mega dann. Ja, mach mal. Weil das Heal-Update haben wir ja schon in unserer Base. So, genau. Sobald du in der Base bist, bekommst du jetzt Heal. Okay, ich kaufe mal das Update. So, Ironforge. Ich lese mir das kurz nochmal drüber. Das kannst du sogar noch weiter upgraden. Goldenforge, damit du es um 100 Prozent steigerst. Alter. Was? Wie kann man sich das so hart gönnen? Alter, lass mal safe unsere Base auf Max-Level bringen, Alter. Und dann easy wrecken. Alter, es macht übelst Spaß. Ich finde das übelst dynamisch, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich bin ja so jemand, der gerne eher so ein bisschen defensiver spielt, eher so ein bisschen Upgrades sammelt. Ich finde das mega gerade. Ey, soll ich gleich das nächste Upgrade reinhauen? Warte, warte, es würde theoretisch für das Golden-Update reichen schon. Soll ich reinhauen, oder? Mach mal, mach mal. Komm, mach mal rein, komm, zack, so. Kann man das noch weiter erweitern? Yo, Emeraldforge, wir brauchen 12. Wie viel brauchst du? 12 Dias bräuchten wir jetzt. Wenn wir das machen, haben wir einen Emeraldspawn an unserer Base. Alter, wie geil ist das denn? Alter, wir brauchen safe 12 Dias, Alter. Wir könnten auch mit 8 Dias könnten wir dann für jeden Sharpness-Sports holen. Das ist ja auch mega geil. Das sollten wir dann als nächstes machen. Dann hat jeder Sharpness auf seinem Schwert. Ihr könnt ihn nicht in keinen Block setzen. Das kannst du nicht machen, aber du kannst hier so einen Wall bauen. Wie viel hast du? Drei liegen schon in der Base. Wollen wir erst das Sharpness-Upgrade holen, oder wollen wir erst, wie heißt das, unser Emeraldspawner freischalten? Emerald, Emerald. Ist straight gekauft. Ich hab einen, keine Sorge, Jungs. Er wird uns beschützen. Boom. Du hast jetzt nicht wieder... Olaf. Olaf. Ist da. Achtung, Achtung, ist einer da? Ist einer da? Es hat so gebummt. Äh, noch zwei Dias. Dann kann ich uns das Emerald-Update holen. Aber damit machst du doch das Campen voll easy auf deiner Insel, weil damit kannst du auch theoretisch deine Ressourcen auf der Insel steigern, um noch mehr zu campen. Theoretisch praktisch, ja. Aber du kannst ja alles spawnen lassen außer Dias. Für Dias muss man raus. So, ich hab's gekauft. Emerald-Forge. So, jetzt sind wir auf Max-Upgrade. Es gibt noch die Molten-Forge. Wo, 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 wo. Bei uns? Doch, da. Olaf. Olaf, let's do this. Der ist besser als der letzte Olaf. Boom. Man kann das noch weiter upgraden. Auf, äh, eine Molten-Forge. Increase the Spawn-Rate auf 200%. Logo wird abgehoben. Oh mein Gott. Wir kriegen jetzt hier Emeralds. Ich hab auch schon einen. Äh, was kann man denn mit den Emeralds machen? Äh, noch mehr OPs darf holen. Äh, ich glaub hier bei Items, wa? Ey, es wär so cool, wenn du auch noch die Mobs upgraden könntest. So, du hast auf einmal so, ähm. Einen doppelten Eisengolem. Na, einfach so einen Eisengolem, der noch ein bisschen mehr Leben hätte. Das würd ich übelst feiern. Oh, den Eisengolem mit vier Armen. Hast du jetzt Angst vor Wolle? Ja, und vor Weißbrot. Digga, was wollen wir denn uns für ein Upgrade holen, Alter? Ich bin voll im Upgrade-Fieber, yes! Wir sollten uns, äh, wollen wir uns die Molten-Forge holen? Dann holen wir 200% Spawn-Rate. Ja, lass die, lass die holen, oder? Wir upgraden. Zack. Okay, ich hau das Upgrade rein. Okay, Upgrade ist drin. Mehr Upgrades! Ja. Ey, das hast du noch nicht. Hey, ey, doch, klar. Was hast du gemacht? Das Molten-Forge, ganz links. Achso, Unlocked. Ah. Ja, ich würd sagen, als nächstes nehmen wir Sharpness-Swords, oder? Das ist ne Ender-Chest, Michelle. Da kannst nur du reingucken, ey. Oh. It's a super present. Okay, jeder müsste jetzt schärf auf seinem Schwert haben. Ich bin in Kaufsucht, Digga, ich bin süchtig. Dann müssen wir unser Bett hier ein bisschen dicker einbauen. Man darf nur zwei Eisengohlems setzen. Geschickt dir recht. Dass du jetzt noch einen hast. Ja, ich hab noch einen. Wo hast du den Bogen her? Gekauft? Geklaut? Das war ein Sonderangebot. Geklaut? Tobi? Nicht gekauft. Wirklich? Gekauft? So, wollen wir noch ein Upgrade holen? Ich hab mal das Maniac Miner geholt. Jetzt habt ihr permanent Eiler. Ja, dann lass die gleich richtig auseinandernehmen. Unser Bett ist mit Obsidian eingebaut, Alter. Was willst du denn noch? Hä? Da vorne ist ein Diamant Camper. Was ist denn das? Ja, das war ich. Aber ich bin gerade ausgeteilt. Das ist das Problem. Was macht er? Der gibt dir das Diamanten oder was? Nein, er hat sich einfach nur Diamant Camper genannt. Oh Mann. Oh Mann. Das wäre echt so geil, wenn du so Diamant Camper aufbauen könntest. Ich würde dich die Ressourcen sammeln. Ist ja ekelhaft. Was ist das für ein Fisch? Was ist das für ein Fisch? Weißfisch? Reiß? Silberfisch. Also, wenn wir den aufschneiden, könnten wir den lecker zu Sushi verarbeiten. Nein. Ach, ist das so eine Abwehr, die man aufbauen kann? Ah, dann kaufe ich direkt mal ein zweites davon. Wie? Ihr habt ihn jetzt in den Tod gesprungen. Nein. Du hast ihn doch safe in den Tod geschoben. Ich hab's in den Tod. Mann. Michelle, hör auf, mein Spielzeug zu töten. Tobi. Tobi. Michelle tötet mein Spielzeug. Alter, guck mal, wie schnell hier Ressourcen bei uns spawnen. Alter. Was machen wir denn jetzt damit? Wir könnten uns, wenn wir noch ein bisschen sparen, das Armor Upgrade 2 holen und dann die Gegner einfach überrennen. Ja, dafür brauchen wir noch ein paar Dias. Äh, zwei Stück, glaube ich. So, dann hau ich nämlich das Armor Upgrade 2 rein. Kann man das nochmal upgraden? Ja, das kann man mit 20 Diamanten nochmal upgraden. Dann haben wir Schutz 3 drauf. Ich hab keine Pfeile mehr. Muss ich einzelne Pfeile kaufen? Ja. Ja. Wo? Ja, ich realisiere es nicht. Das ist Luxus. Das ist, das ist, das ist, was Deutschland nicht gewohnt. Das bist du gar nicht, das kannst du gar nicht realisieren so viel. Ich, ich, warte mal, ich geh gleich in Kaufschock, Alter. Alter. Oh, scheiße. Oh, es ist so heiß hier. Oh, es ist so heiß hier, Alter. Oh. Oh, ist das wegen dem ganzen Geld? Oh. Ich muss erst mal wieder runterkommen. Das ist wegen dem ganzen Geld, Tobi. Ich glaube, du drehst langsam durch, oder? Haben wir noch? Zalando hat da eben geklingelt. Au. Ach, das war ich. Entschuldigung. Wer war das? Das war ich. Entschuldigung. Radale. Aua. Wiss auf. Eigentlich bin ich ja vom gegnerischen Team. Ich hab Gäbelwolle. Wo ist Michelle? Hä? Wir brauchen noch drei Dias, Jungs. Oh, wir werden abgeschossen. Achtung, Gäbelwolle. Bulletball. Bulletball. I'm the creator of Bulletball and Bulletball Extreme. Es gibt sogar noch ein Upgrade auf 30 Dias, aber das sparen wir uns jetzt mal, Alter. Ich hab 12 Dias. Ich hab noch 8 Dias. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich würde auch sagen, wir kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen. Nein. Oh, die war so hübsch, Alter. Die Gute, alte Petros Mauer. Wir brennen. Wir brennen. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, Stein, Stein. Mann, wir müssen noch irgendwie an ein paar Dias kommen. Wir brauchen noch drei Dias. Äh, vier Dias. Ich hab drei Diamanten. Vier brauchen wir. Vier. Ich challenge. Ich challenge. Nein, Logo, nein. Das kannst du nicht. Ich brauch die Dias. Er schieß dich ab. Nein. Ich hab den letzten Dias. Ich hab ihn. Ich hab den letzten Diamanten. Nein. Überlebe. Nein. 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 Oh mein Gott. Ich hab. Alter, dicker, die Dias. Ich hab sie. Ich hab sie. Jawohl. Alter, wir holen uns das Upgrade. Wir holen uns das Upgrade. Okay. 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 Wir haben von allem die maximale Upgrade-Anzahl. Ich hab 22 Feuerbälle. Die Party kann beginnen. Ich hab aber nur sieben. Ich hab aber nur sieben. Weißt du, ich hab alles mögliche, aber keine Blöcke zu bauen. Da hab ich 45. Ich meine, ich muss mir auch mal ein paar Blöcke holen. Okay, warte, warte. Boah, 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 boah. Oh nein, ich hab mich in den Tod gehauen. Und ich schieß auf meine Feuerwehr. You died. Ich hatte so gutes Equipment und ich hab mich in den Tod geschossen. Ich hab der Bett. Ich hab's. Ich hab's. Ja. Ja. Alter, ich hab 22 Bälle mit einmal geschossen. Die haben mich getötet. Das war's mit der ersten Runde Badmoss auf Hypixel. Ohne, dass ich es erwartet habe. So geil. Wirklich viel geiler als gewohnt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Es ist leider ein fett gestoppt nach oben durch. Und ich würde sagen, wenn ihr kein Mal gefühlt mehr wie das, ihr verpassen wollt, dann steilt da einfach mal den Abo-Button. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dann bleibt ihr logisch. Haut rein. Und ein logisches Cheerio. Ciao. 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 Ciao.